Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mir gedacht, ich filme heute noch ein bisschen mit. Eigentlich sieht das komisch aus hier mit meinem Zopf. Gefällt mir nicht. Mag ich nicht. Ich habe gedacht, ich filme heute noch mal mit. Denn heute ist... Was ist das für ein Tag? Mittwoch ist heute. Und ich fahre jetzt gleich erstmal zu meiner Arbeit. Denn, ähm... Ja, ich besuche die regelmäßig mit Babylili. Aber heute... Hallo? Du kommst doch mit, habe ich doch gesagt. Willst du nicht? Uh! Ja, die kleine Maus. Die hat gerade schon wieder was gemacht, ne? Erzähle ich euch gleich. Also ich besuche die regelmäßig. Und heute hat das sogar noch einen Grund. Denn heute ist Mittwoch und am Freitag kommt... Nicht kommt. Ist eine Verabschiedung von einem Kollegen von uns. Der in Rente geht. Und das hatten wir schon mal verschoben. Das hatten wir, glaube ich... Am 23. Mai wollten wir das machen. Und das hat dann irgendwie nicht geklappt. Und jetzt machen wir es jetzt. Am 24. Juni. Also, falls ihr das seht. Da ist wahrscheinlich schon Weihnachten. Keine Ahnung. Ihr wisst das. Ich bin ja so ein bisschen hinterher. Sorry. Ähm... Ja, auf jeden Fall ist diese Verabschiedung. Und ich habe halt gesagt... Meine Kollegen, die haben alle sehr, sehr viel zu tun. Und auch wenn ich jetzt nicht mehr arbeite... Die müssen ja auch ein paar von meinen Aufgaben übernehmen. Und dann habe ich einfach gesagt... Dann übernehme ich die Organisation quasi von diesem Grillen und so. Ich hatte halt auch schon ein Geschenk organisiert. Habe halt Geld einsammeln lassen und so. Habe das Geschenk organisiert zur Rente. Sah auch richtig gut aus. Und ja, wir wollten das ja eigentlich schon machen. Aber mussten wir ja dann irgendwie verschieben. Und genau. Deswegen komme ich mich um dieses ganze Organisatorische. Und warum ich da jetzt heute hinfahre, ist... Ich war jetzt vor ein paar Tagen bei Ikea. Vor zwei Tagen, glaube ich. Da seht ihr noch meine ganzen... Seht ihr die Kisten? Ich muss so ein paar Kisten holen, damit ich die Baby-Sachen wegsortieren kann und so weiter. Und wir haben bei unserer Arbeit fehlen uns immer Gläser. Ähm... Da haben wir... Wir haben so zwei Etagen quasi. Und einmal oben im Büro haben wir so einen Schrank mit Gläsern. Und unten in der Werkstatt haben wir so einen Schrank mit Gläsern. Und uns fehlen immer Gläser. Und da wir jetzt auch diese... Wir grillen übrigens. Habe ich das erzählt? Wir grillen als Verabschiedung. Ähm... Und jetzt habe ich bei Ikea, als ich da war, ist mir dann spontan eingefallen. So, oh boah, du könntest ja Gläser mitnehmen. Dass wir einfach genug Gläser haben. Weil wenn wir jetzt auch noch grillen, das ist immer so doof, wenn man dann keine Gläser hat. Einen Pappbecher wollte ich jetzt auch nicht. Da wir ja eh die Gläser brauchen, habe ich die Gläser bei Ikea besorgt. Und die wollte ich heute auf jeden Fall hinbringen, weil... Ähm... Die müssen auch noch einmal durch den Geschirrspüler. Ähm... Und ich wollte das jetzt nicht hier machen und die Gläser dann mitnehmen und so weiter und so fort. Und deswegen bringe ich die heute hin, dass die dann auch pünktlich zu Freitag dann halt sauber sind. Ne, Lili? Machen wir das? Sie knabbert gerade an ihrem Spucktuch. Seht ihr das? Sie kann doch schon lächeln. Lili? Da muss ich immer ganz komisch sprechen. Lili? Hallo? Hallo, Lili? Nicht dein Spucktuch essen. Das ist ihr Schnuffeltuch. Das liebt sie. Da habe ich mehrere von... Ja! Hallo! Hallo, Lili! Hallo! Ja! Ja! Freust du dich? Ja! Super! Genau. Wir haben es jetzt 20 vor 11. Ich wollte eigentlich schon längst losfahren, aber kennt das ja. Mit Kindern. Ähm... Ich habe jetzt hier noch so eine Kiste mit so ein paar Gardena-Sachen, die ich jetzt umtauschen möchte. Ähm... Wir hatten da was bestellt, dann war das aber das eine, war das Falsche. Und dann haben wir so einen Bewässerungscomputer bestellt, gekauft. Und ja, der war jetzt auch nicht... Oder da haben wir uns jetzt auch gegen entschieden, kaufen lieber was anderes. Und, ähm, das wollte ich dann noch zu Bauhaus bringen und umtauschen. Dann wollte ich noch Altpapier wegbringen. Ähm... Dann muss ich auch schon wieder die Kinder abholen. Und ich wollte eigentlich auch noch zu Kaufland, weil Bauhaus ist gegenüber von Kaufland. Und da wollte ich noch ein bisschen Getränke holen. Ähm... Ja, ich habe viel zu tun. Und, ähm, wir haben einen Pool aufgebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich... Also ich habe es mitgefilmt. Aber ich glaube, das habe ich ja im letzten Vlog schon erzählt, äh, gezeigt, ne? Diesen Pool. Genau, ich hatte so einen Schnelldurchlauf. Aber ich bin mir noch nicht... Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich zwischendrin einmal nochmal gefilmt, wie die Kinder das erste Mal in diesen Pool reingegangen sind. Ich hoffe, dass es was gewonnen hat, weil mein Akku war relativ leer und ich hatte die Kamera einfach nur hingestellt. Falls ja, werde ich euch das jetzt hier einblenden. Jetzt bin ich jemals noch mal schon bei uns. Bye, bye, bye. Dann, wenn ich das eigentlich... Dann, wenn ich jetzt hade, dann einfach mal schon in die Türkei komme. Dann, wenn ich jetzt nicht watch... ...ann meineine Song? Dann, da聽 die Matrix? Dann, wenn ich jetzt... Jetzt mit mir war das nicht her. Dann, mein Mann, da na. Ich habe mich drauf mit dem Ah speakerszug zu haben. Ich muss mal瞬 weiter. Da, sie also mal los. Nein! Kannst duMenüteree? Ja, die sind auf jeden Fall einfach in den Pool gesprungen und der Pool ist ein bisschen braun gewesen. Jetzt zeige ich ihn euch mal. Ja, die Kamera. Es ist noch leicht grünlich, aber auf jeden Fall nicht mehr braun. Richtig, richtig gut. Ich hatte einen richtigen Struggle damit und er hatte auch richtig, richtig schlechte Laune. Ich meine, wir haben 300 Euro für diesen Pool bezahlt und dann haben wir da braunes Kackwasser. Wasser. Ich war so richtig schlecht gelaunt an dem einen Tag. Hat Keu ja auch gemerkt. Und wir haben alles probiert. Wir haben den pH-Wert gemacht. Wir haben Chlor reingemacht. Wir haben die Pumpe im, weiß ich nicht, vier Tage am Stück schlaufen gelassen. Es ist nichts passiert. Wasser ist eher brauner geworden als heller. Und ja, dann habe ich schon gedacht, scheiße, weil wir haben Brunnenwasser genommen, müssen wir jetzt anderes Wasser nehmen und was machen wir jetzt und hin und her. Bis mir dann auch eine einzige mögliche Idee gekommen ist und ich habe gesagt, wir müssen diesen Sand, da ist so ein Quarzsand drin in der Pumpe, diese Sandfilteranlage, wir müssen den mal austauschen, weil den haben wir schon seit drei oder vier Jahren da drin und das muss ja auch mal getauscht werden. Und jetzt haben wir den getauscht und der Sand hat zehn Euro gekostet und es ist jetzt klar. Also es ist noch ein kleines bisschen grünlich, aber gestern war es halt noch richtig grün und bräunlich und so und ja, es wird von Tag zu Tag besser. Und vor allem, wenn die Kinder reinspringen, dann wälzt sich das Wasser so um und dann apropos Wasser, hat der Hund noch Wasser? Ja. Dann wälzt sich das Wasser um und dann geht das besser in die Pumpe rein und so. Richtig gut. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Die Lilly und die Mama, die machen sich jetzt mal auf den Weg und fahren mal los. So, wir haben übrigens wir haben übrigens Rasen gepflanzt, gesät. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, nur hier diesen Bereich hier bis zu diesem Weg, den wir angefangen haben, haben wir noch nicht zu Ende gemacht und halt bis da vorne zum Pool hin. Bin ich mal gespannt, wann wir da das erste kann es sein, dass ich irgendwie rangezoomt bin? Oh Mann, wartet mal. Ah, jetzt funktioniert es besser. Also, wir haben hier Rasen gesät. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen konntet. Genau, aber nur bis zum Pool hin haben wir am Sonntag gemacht. Heute ist Mittwoch. Wir bewässern das immer und ich bin mal gespannt, wann die ersten Rasensamen keimen. Bei unseren Nachbarn, die haben im Neubaugebiet, die hatten auch Rasen gesät und da hat man es nach einer Woche hat man schon was gesehen, aber ich weiß nicht, was für eine Sorte die hatten und ob das vielleicht eine bessere Sorte war oder nicht. Was war das für ein Geräusch? Okay, ich fahre jetzt erst mal los oder mein Schlüssel habe ich schon eingesteckt und packe jetzt erst mal den Buggy hier ins Auto. Dann ist mein Auto leider immer sehr, sehr voll, weil mein Auto ist leider nicht so groß, aber es passt Gott sei Dank noch alles. Okay, ich fahre jetzt. So, jetzt seht ihr mal, wie eng das in meinem Auto ist. Also hier ist der Kinderwagen. Die Tasche kann ich da halt noch reinpacken. Hier sind die Gläser, die ich zur Arbeit bringe. Und der passt halt nicht mehr wirklich viel rein. Hinten sitzen die beiden Großen. Lilly sitzt vorne im Maxi-Cosi in dieser Isofix-Station. Das ist ganz praktisch, wenn der Schnull herausfällt oder so. Ich sehe halt immer alles, kann sie beruhigen. Aber ich will mich nicht beschweren, denn ich zahle für das Auto halt, ich zahle schon was, aber nicht viel. Das ist ja ein Firmenwagen. Und ich kann den Firmenwagen auch während der Elternzeit, also ich bin ja, ja, jetzt bin ich schon in Elternzeit. Nicht mehr Mutterschutz, sondern sie ist ja schon zehn Wochen. Jetzt bin ich schon in Elternzeit. Und kann den auf jeden Fall auch während der Elternzeit, das macht Quatsch, weiterhin haben. Das hat mir dann auch die Dame von der Elterngeldstelle, die hat gesagt, ja, ich brauche noch eine Bestätigung, dass sie ihr Auto abgeben. Ich habe gesagt, nee, ich darf das behalten. und sie so, boah, das ist ja voll cool. Das machen total wenige Arbeitgeber. Und ja, bin ich auch sehr froh drüber. Und ich zahle halt wirklich richtig, richtig wenig hierfür. Es ist ja ein E-Auto und deswegen muss man für das E-Auto halt sehr wenig zahlen. Und ich muss 84 Euro, glaube ich, ist das Auto. 84 Euro muss ich versteuern. Also ich muss meinen individuellen Steuersatz quasi, auf diese 84 Euro zahlen. Ja, ich weiß nicht genau, wie viele das jetzt sind. Ich kriege die Abrechnung ja jetzt noch. Aber, weiß ich nicht, lass das 40 Euro sein, die ich für das Auto bezahle im Monat. Oder die mich das Auto kostet. Was mich das Auto kostet im Monat. Und ich muss keine Inspektion zahlen. Ich muss kein TÜV zahlen. Ich muss keine Benzinkosten zahlen. Keine Stromkosten. Gar nichts. Ich bin so froh. Und dann... Ja, mein Schatz. Hallo. Und dann ist mir das auch egal, wenn das Auto ein bisschen kleiner ist. Ich meine, wenn ich mir das nächste Auto aussuchen könnte, würde ich mir eine Nummer größer nehmen. Aber ich würde trotzdem bei E-Auto bleiben. Oh, das ist doch so cool. Wir haben hier die Klimaanlage und Sitzheizung und alles. Das ist schon richtig cool. Und auch die Anlage ist cool, dass ich Bluetooth habe und sowas. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal losfahren. Ich habe schon so viel mit euch gequatscht, wo ich noch nicht mal losgefahren bin. Ich werde jetzt losfahren. und meine ganzen Erledigungen... Wo habe ich denn jetzt das Körbchen hingestellt? Wartet mal. Das habe ich vergessen. Ein Bauhauskörbchen. Das habe ich vorhin an der Treppe abgestellt, weil ich Lilly die Treppe darunter gedingstert habe. Oh mein Gott. Das wäre es ja gewesen. Jetzt nehme ich mir extra vor, zum Bauhaus zu fahren. Habe den Bogen alles rausgesucht. Total doof. Auf jeden Fall... Wartet mal, habe ich das da? Ja, da ist das Körbchen. Ich konnte das nicht mit einer Hand hier machen, mit dem Kinderwagen. Ja, das wäre es ja geworden. Ich bin immer noch ein bisschen verplant. Ich glaube, das lag nicht an der Schwangerschaft. Obwohl, es gibt ja auch Stilldemenz. Genau. Also die ganzen Erledigungen und Besorgungen und so weiter und so fort werde ich jetzt erst mal machen. Und dann holen wir die Kinder ab und dann ist heute richtig schönes Wetter. Und heute macht unser Freibad auf. Die Kinder haben aber heute Training. Und zwar... Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Mia geht jetzt zum Handball und Ben fand das auch so toll. Der hat den ersten Tag mitgeguckt beim Handball. Und der geht jetzt auch zur Kinderhandballgruppe. Und da werden wir... Also da haben wir das heute. Ben hat um 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Und Mia hat von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr oder so. Ja, was ein bisschen Blödes. Aber ich bin am Überlegen, ob... Also das ist alles auf einem so einem Gelände. Das ist auch unser Freibad. Und das macht heute auf, ob wir danach nicht noch ins Freibad gehen. Also ich sowieso nicht. Also ich gehe nicht ins Wasser, aber ob ich die Kinder nicht noch mal dann ins Freibad scheuche. Die freuen sich da total. Wir haben zwar hier den Pool, also die finden sie auch total toll. Aber ich glaube Freibad. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das... Aber morgen soll es richtig, richtig heiß werden. Vielleicht machen wir es auch morgen. Aber morgen hat Mia auch Handball. Jetzt sind wir Mittwoch und Donnerstag. Deswegen bin ich mir noch nicht so sicher. Aber das werdet ihr ja sehen. Hier darf man ziehen fahren. Ja, wir sind jetzt wieder bei uns auf dem Grundstück. Ben hat mich gerade gefragt, wie viel man hier fahren darf. Ich habe gesagt, das dürfen wir entscheiden. So, seht ihr die kleine Maus? Hast du ein bisschen geschlafen? Mhm. So. Ich war auf jeden Fall vorhin beim Bauhaus. Ohne zu kaufen habe ich es nicht mehr geschafft, weil es hat irgendwie alles ein bisschen länger gedauert. Ich bin irgendwie so eine Trantüte geworden. Lass mal Lilly in Ruhe, Ben. Die wacht jetzt gerade auf. Mit ihrer Sturmfrisur. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall uns beeilen. Es ist schon Viertel vor drei. Viertel nach drei müssen wir spätestens wieder los. Also eine halbe Stunde. Hast du mein Handy, Ben? Ben, hast du mein Handy? Ich habe das Handy. Ach, Mia hat das okay. Du bist jetzt in Schlafmutzung. Du nimmst auf jeden Fall auch deinen Ranzen mit raus, bitte. So. Kannst du das Körbchen auch mitnehmen? Super. Macht zu. So, ich zeige euch mal, was ich vorhin gekauft hatte. Ich habe so ein Adapterstück gekauft. Deswegen bin ich überhaupt losgefahren. Das brauchen wir, äh, brauchten wir noch. Ähm, und dann habe ich zwei Zeitschaltruhen gekauft. Für, fürs Wasser. Dann kannst du so einstellen, 60 Minuten. Dann geht es noch 60 Minuten aus. Dann habe ich noch so eine kleine, hier so eine Werkzeuge, also so eine kleine Kiste für Körbchen als Auto gekauft und noch so einen Adapter. Ja, du kannst schon mal hingehen. So, ich nehme jetzt erstmal Lilly raus. Nicht, dass die hier noch brutzelt aus dem Auto. Und dann mache ich jetzt erstmal Essen. So, Kalle freut sich. Das hier war nur von seinem Spielzeug. Das ist in Ordnung. In letzter Zeit macht er halt voll viel Quatsch. Aber mit deinem Spielzeug darfst du spielen und die Watte da rausholen, ne? Das ist nicht so schlimm. Ben, ich mache jetzt die Nudeln schnell. Mit deinem Toast. Mit du lieber einen Toast oder wir haben noch ein Brötchen. Toast. Hey, nicht reißen. Immer nicht reißen. Mit Salami. Mit Salami. Mit Salami. Mit Salami. Das ist die Schafe hier. Guck mal hier. Lilly, du darfst gar nichts Schafes essen. Bitteschön. Hey, was ist die drauf? Darf ich die Salami drauf gemacht? Ja, Kalle. Genau, setz dich mal am besten an den Tisch. So, ich habe jetzt ein bisschen Zeitdruck. Ich will jetzt noch schnell die Nudeln machen. Machen wir schnell Wasser warm. Hast du die kleine Leel? Ja. Oh, meine beiden süßen Mäuse. Mua und Mua. Oh, mein Salami. Oh, ich glaube, hat sie ein Stinky gemacht? Was meinst du? Die hat vorhin auch schon so ganz Stinks gemacht. Willst du sie mal zum Wickeltisch tragen? Ich komme gleich. So, ich wollte euch nochmal kurz zeigen. Ich habe hier so einen von einer Freundin von mir. Die brauchte den nicht mehr. Da habe ich so einen günstigen Thermomix bekommen. Das ist der von Lidl. Und das ist auch schon das Vorgängermodell. Aber ich habe das jetzt schon das zweite Mal ausprobiert. Da habe ich die Soße, habe ich euch das vorhin schon gezeigt? Ne, ne? Die Soße gemacht. Das ist so eine Nullsoße, so eine Carbonara-Soße. Und jetzt, also hier gibt es Gott sei Dank nur drei Einstellungen. Einmal hier, wie schnell. Also es soll nur umgerührt werden. Und dann welche Temperatur. Da bin ich noch am ausprobieren. Dann machen wir mal 50, machen wir mal 60 Grad. Und dann die Zeit. Machen wir mal fünf Minuten. Sechs Minuten. Und dann Start. Und dann rührt das da einfach nur. Also ich hatte es mir jetzt so nicht gekauft. Also ich finde auch den Original Thermomix natürlich richtig cool. Aber was denn? Was das ist? Das ist Schaumstoff, Ben. Achso, das ist so ein Rasensprenger. Ich hätte mir den jetzt nicht gekauft, den Original Thermomix, weil der mir einfach viel zu teuer ist. Da kriegst du ja ein Auto für. Aber den habe ich geschenkt bekommen. Und dann probieren wir es natürlich gerne aus. Hier stinkt es ein bisschen nach Kacki, ne? Hier, weil ja die Klamotten da sind. So, wir wickeln jetzt erstmal die Lilly. Hilfst du mit mir? Du hast Angst, dass da Kacki drin ist, ne? Nein. Nein? Okay, musst du nicht. Zieh dir mal als erstes nur kurz Hose an. Dann wissen schon, was du gleich zum Sport anziehst, ne? Nee, er ist ein bisschen nölig. Denn die ist eingeschlafen im Auto. Ja, du bist gerade erst aufgewacht, ne? Du bist gerade erst aufgewacht. Ja. Nee, kein Stinkel. Aber ganz viel Pipi-Pupsi. Ganz viel Pipi-Pupsi. So, Lilly trägt übrigens, passt ihr gerade noch so die Größe 1. Ich kaufe jetzt aber auch keine einsamen Windeln mehr. Aber ich habe jetzt ungefähr noch so eine halbe Packung Einserwindeln. Und die brauchen wir natürlich noch auf, ne? Huuuuh. Lilly. Hast du etwa Wunsch oder was? Willst du auch Spaghetti Carbonara essen? Nein? Okay, musst du nicht. Hm. Hm. Ja. Ja. Ja, das ist ein bisschen schlafen hier. Ja. 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 Boah. Das ist ja nicht so gut. Ja. 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 Ja, das Trinken ist schon wieder drei Stunden her, das merkt man, so schnell geht die Zeit vorbei. Wo ist es minus 15 Grad? In Grönland, hier guck mal, sie sucht richtig, ich muss jetzt erst mal noch mal ganz kurz, ist Mia noch hier oben? Ich muss erst mal schnell die Nudeln aufsetzen. So, wir haben es jetzt ins Auto geschafft, es war ja noch ein bisschen stressig, ich habe mir Lilly noch gestillt und sie war dann nölig. Ich habe es nicht mal geschafft, mir jetzt eine andere Hose anzuziehen, weil wir einfach so schnell los mussten. Ich habe es gerade noch geschafft, aufs Klo zu gehen, es kommt ja eine Huckelpiste, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, habe ich schon vorgespult. Auf jeden Fall, ich habe es gerade so ins Auto geschafft. Mia hat jetzt was gegessen, die ist jetzt aber noch zu Hause, die hat ja erst in einer Stunde ein Training. Und wir haben aber eben gerade noch einen Brief bekommen, über den ich mich richtig gefreut habe. Wir haben Mia ja hier an der Schule angemeldet, im Nachbardorf. Und ich habe mich schon gewundert, wir haben noch gar keine Benachrichtigung bekommen, was jetzt genau ist und wie und was wo. Und jetzt kam der Brief, dass sie quasi an der Schule angenommen wurde. Und vor allen Dingen, wo wir uns richtig drüber gefreut haben, sie wurde in der iPad-Klasse angenommen. Richtig cool, es gibt also eine Klasse, wo es halt alles so mit iPad gemacht wird, wo zum Beispiel die Schulbücher digital sind. Und ja, wo die halt einfach diese ganzen... Und dann lernt man das Spiel auf Türkisch. Was macht man da? Dann lernt man auf Türkisch. Was ist das denn? Türkisch! Ach, Türkisch! Ne, da lernt man kein Türkisch. Man lernt halt mit dem iPad viel und das finde ich halt richtig, richtig toll. Dann spielt man auf dem iPad. Jetzt haben wir jedenfalls den Brief bekommen. Ich habe den jetzt auch noch mitgenommen, weil ich habe den gerade eben nur überflogen. Den werde ich mir jetzt gleich mal nebenbei nochmal durchlesen, weil wir müssen das iPad irgendwie entweder lesen oder kaufen. Ich bin mir noch nicht sicher. Da haben die auf jeden Fall eine Website gesagt, wo man das machen kann. Das will ich mir gleich mal durchlesen. Während Ben jetzt hier beim Training ist, da habe ich ja ein bisschen Zeit. Und ich habe auch diesmal meine Kopfhörer dabei. Dann kann ich Podcast hören, weil ja, Ben spielt da. Da kann ich es nicht wirklich machen, aber ich will ihn ja auch nicht alleine hier lassen. Genau, dann wollen wir mal hoffen, dass Lilly ruhig ist, denn die hat eben gerade noch ein bisschen genölt, weil ich sie ja so abstillen musste quasi. Aber ja, ich glaube, das wird klappen. Jetzt sind wir auf jeden Fall da und ich melde mich dann nachher nochmal bei euch, ne? So, wir sind jetzt im Schwimmbad angekommen. Das Training haben sie erfolgreich beendet. Ich war noch einkaufen, habe die Einkäufe schon nach Hause gebracht. Hier ist die kleine Lilly. Der wird jetzt langsam warm, deswegen habe ich ihr nur den Kurzambody angezogen. Und ja, ich beobachte jetzt die Kinder beim Schwimmen, die sind hier gerade vor mir. Und schwimmen ein bisschen und toben sich noch ein bisschen aus. Und wir haben es aber auch schon 18 Uhr. Ich denke mal so bis 19 Uhr werden wir bleiben. Und dann gibt es Abendrotten, dann geht es ins Bett. Aber dann haben die heute sehr viel Sport gemacht. Aber ja, das muss auch mal sein. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ich bin voll fertig. Die Sonne macht mich fertig. Hier ist die kleine Lilly. Mia putzt gerade Zähne. Putzt sein Bruder auch schon Zähne? Der ist auf dem Port. Der ist auf dem Port. Achso. Alles klar. Die Lilly ist auch müde. Die muss gleich ins Bett. Ich wollte jetzt noch einmal kurz hier saugen. Dann muss Koja mir gleich mal die Einlage hier her holen für die Wippe. Weil Lilly schläft abends immer in der Wippe ein. Das ist echt praktisch. Nachts holen wir sie dann zu uns. Aber abends schläft sie dann da ein. Und da hat sie heute einen Stinky gemacht. Und der ist einmal durch die Klamotten gegangen. Genau, deswegen mussten wir es waschen. Aber das hat Koja vorhin gewaschen schnell. Okay. Und schon aufgegangen. Es müsste jetzt eigentlich wieder trocken sein. Und jetzt haben wir schon 5 vor 8. Und ich schicke jetzt erstmal gleich die Kinder ins Bett. Mache hier noch ein bisschen klar Schiff. Und morgen hat Ben einen Ausflug in den Zoo. Da muss ich noch die Sachen packen. Meine große Maus. Richtig putzen. Genau. Habe ich schon erwähnt, dass Mia in der iPad Klasse ist? Ich glaube schon. Ich freue mich richtig, richtig doll. So, mein Schatz, ne? Ja. Ich glaube, ich will jetzt erstmal den Papa rein. Dann kann der Papa kurz mal die Lilly auf den Arm nehmen. Weil dann muss ich erstmal stillen, damit sie ins Bett gehen kann. Weil normalerweise geht sie so um Viertel nach sieben, halb acht ins Bett. Da ist sie jetzt wirklich schon drüber. So, die Lilly ist total schnell eingeschlafen. Die wird immer beim Stillen, merke ich mal, wenn sie müde ist. Also erstmal verdreht sie immer die Augen. Dabei merke ich es halt auch. Und vor allen Dingen wird sie dann so zappelig, ne? Früher ist sie immer eingeschlafen beim Stillen. Aber jetzt wird sie dann richtig zappelig. Und zappelt so mit allen Beinen und so weiter. Da merke ich dann immer, dass sie richtig müde ist. Dann haben wir sie eben gerade, ich hatte gesaugt. Und Koya hatte sie dann auf dem Sofa liegen. Und das ist mir heute Morgen schon aufgefallen. Sie lag auf dem Bauch und hat sich vom Bauch auf den Rücken gedreht. Ich finde das so krass. Sie ist zehn, fast elf Wochen alt. Das finde ich irgendwie krass. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch normal. Ich habe auf jeden Fall ein Video gemacht. Mit dem Handy leider nur. Deswegen ist die Qualität nicht so gut. Aber ich würde euch das jetzt hier mal gleich einblenden. Wir haben sie natürlich animiert. So ist es nicht. Sie wurde so ein bisschen animiert. Aber finde ich ganz cool, dass sie das so macht. Wie schaffst du es, dreh dich um. Hallo. Komm her. Lass sie mir. Ben. Sie lacht, ne? Ja. So. Sie denkt. Haha. Mama filmt. Dann drehe ich mich nicht. Ist so. Kann ich es zwar, aber ich mache es jetzt nicht. Ne, jetzt legst du mir mal die Pummel weg und dann... So ist sie süß. Ja, ist so. Ist aber immer so. Man kann es etwas, dann will man es zeigen und aufnehmen. Und dann funktioniert es auch nicht. Oh, ich bin stolz auf dich. Super. Meine kleine Pauline. Pauline? Hast du ihren Namen vergessen? Ja und jetzt mache ich gerade das Essen für die Kinder. Ben hat ja mir gesagt, morgen ist ein Ausflug in den Zoo. Und da müssen wir etwas mehr... Also da packen wir zweimal Frühstück ein, weil die ja quasi kein Mittagessen essen. Und ich habe extra Zookekse bekommen. Guck mal. Habe ich jetzt gleich zwei Packungen mitgenommen. Die gebe ich dann im Kindergarten mit und dann können die die an alle Kinder verteilen. Also nicht nur Bonketti, sondern alle Kinder. Genau, sonst wird jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Ich hatte vorher noch nur den Carbonara gekocht. Da wird Paul ja gleich eine Portion essen. Ich habe noch Brötchen gekauft und ich habe Brot gekauft. Und ja, die Kinder haben im... Ach, das habe ich gar nicht erzählt oder nicht gezeigt. Die Kinder haben im Schwimmbad haben die Pommes gegessen. Genau. Und habe gedacht, das ist jetzt das Einfachste. Eigentlich wollte ich den Brötchen machen, aber irgendwie fand ich das jetzt auch das Einfachste. Genau. Ja, das war unser Tag. Also heute viel erlebt. Viel Sport gemacht, die Kinder. Ich bin jetzt ein bisschen platt. Und ja, wir machen uns jetzt was zu essen und dann gehen wir ins Bett. In 5 Stunden ungefähr wacht Lilly wieder auf. Dann muss ich wieder fit sein. Und sie stillen. Und genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und vielleicht nehme ich euch auch morgen nochmal mit. Mal gucken, ob da irgendwas Spannendes passiert. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.